Was ist nach ersten Erkenntnissen gestern passiert? Gestern ist ein 30-jähriger Delmenhorster zum Delmenhorster Rathaus gegangen und hat dann zunächst die Fensterscheiben eingeschlagen und anschließend mehrere Molotow-Cocktails in das Gebäude geworfen, woraufhin dann das Inventar angefangen hat zu brennen. Die Feuerwehr hat das Feuer dann gelöscht und es ist ein Sachschaden von 50.000 Euro entstanden. Betroffen war da die Räumlichkeit des Stadtmarketings und der Touristeninformation. Genau, also nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass er mit den derzeitigen Corona-Regelungen unzufrieden ist und deswegen diesen Brandanschlag verübt hat. Hintergrund ist auch, er ist polizeilich strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten, aber gegen ihn laufen diverse Bußgeldbescheide in Sachen Corona-Verstößen, weil er halt schon in der Vergangenheit häufiger in Erscheinung getreten ist. Also ich bin dann von da vorne gekommen, also von Marco jetzt auch, habe ich hier hingeguckt, hat er eine Flasche genommen, ist hier vorne hingegangen, hat sie zur Seite gebrochen und reingeworfen bei uns zur Zeit. Das waren insgesamt vier, fünf Flaschen. Also der hat die angemacht und reingeworfen. Dann hat er sie über eine genommen, hat weiterhin reingeworfen, weil er schon ein Benzin drin war. Der ist hier aber schnell hingegieben. Er meinte, er will sich der Polizei stellen, die Polizei wusste schon, wie sie das gemacht haben, warum ich das gemacht habe. Hat das schon geklärt, ist dahin geklärt. Ich wollte sie jetzt noch nicht weiter anfassen. Nee, nee. Was ist das? Nur so erstmal? Ja, warte mal, wo ist denn unser Auto? Ich habe es rübergefahren. Bekloppt. Hirnlos. Überforderte Menschen. Ich kann das nie anders sagen. Angeblich soll er sich beschwert haben darüber, er hat Bußgeldbescheide bekommen wegen der Corona-Verstöße. Ist das der Frust? Selbst schuld, oder? Ich weiß, wir haben Regeln, da muss man sich dran halten. Ich kann auch nicht über die Straße rennen und werde überfahren und wundere mich dann hinterher und beschwere mich darüber. Ja, was denkt man, das glaubt man nicht. Da fehlen einem die Worte tatsächlich. Ach, wenn man da sowas hört, die Leute werden immer bekloppter. Die Kritik, dass er die Maske nicht getragen hat, die ist berechtigt. Aber so zu reagieren, nein, das geht gar nicht.